Und zum Schluss der Sendung wollen wir Ihnen noch ganz kurz von einem sportlichen Triumph Österreichs vom Wochenende berichten. Wir sind gleich vierfache Europameister geworden an der Sense. Im Handmeherren-Einzelbewerb ist der 27-jährige Oberösterreicher Bernhard Zellinger nicht zu schlagen und gemeinsam mit seinen Kollegen holt er auch noch die Goldmedaille im Mannschaftswettbewerb der Herren. Ein ähnliches Bild bei den Frauen, damit die 26-jährige Salzburgerin Elisabeth Schilcher die Konkurrenz in Grund und Boden und die Österreicherinnen gewinnen auch bei den Frauen den Teambewerb. Herzlichen Glückwunsch und wir schauen noch aufs Wetter.